Wie ist das, Marianne Josef? Gewaltig! Eine gewaltige Sauerei! Eine gewaltige Sauerei des Begabten, aber für viele höchst unbequemen österreichischen Grafikers Manfred Deix. Hast du's gesehen? Lieber Sieghalt Kirchner, wir haben jetzt wieder ein Ortsbild, das der lebendige Beweis dafür ist, dass es noch eine gottbegnadete Kunst gibt, die vom Volk gewollt wird. Bravo, Herr Professor! Es wird in neuem Glanze erschreilen. Danke, Herr Professor, danke. Ein Loblied! Sieghalt Kirchen bekommt ein neues Wandbild, das das vom Lauf der Gezeiten ramponierte, patriotische Original ersetzen soll. Wie nun das vom malenden Rotzbub heimlich veredelte Kunststück geraten ist, müssen sie sich allerdings im Kino ansehen. Scheiß mehr! Was macht den Reiz aus? Ja, ich glaub, ich glaub schon, einigermaßen raffiniert von ihm ist, dass er eben in so einer Lieblichkeit, oder das Außenrum ist recht lieblich, ja. Also du hast Comics, schreibst, da erwartest du was für Kinder. Er hat noch dazu den aquarelligen Zeichenstil gehabt. Ja, da erwartet man auch was Liebliches und dann kommt dazu zum Kontrast, ja, die Derben, die sehr überzeichneten Charaktere und das bleibt eben dann, das macht den Reiz aus. Auch natürlich, man hat immer das Gefühl, man schaut was Verbotenes an, ja, weil es eben über eine gewisse, wie man sie nicht oft sieht, so eine Geschmacksgrenze geht, wo man das mal abstoßend auch findet. So ging es mir absolut die ganze Zeit, wenn ich die Bücher zu Hause hatte, war es immer so, dass ich auch ein bisschen Ekel empfand, ja, und das sehr provozierend empfunden habe und mich da wirklich annähern musste. Aber mich leider halt sofort in die Geschichte verliebt habe, deswegen habe ich da auch gern zugesagt. Aber das ist es, glaube ich, dieser Reiz, dass man was Verbotenes anschaut und dann durchaus, also vor allem bei den politischen Sachen und bei den Sachen, wo er die Kirche angeprangert hat, da hat man auch immer klar die Sendung kapiert. Es war tatsächlich so. Ein Schuljunge zeichnete einst allerlei Schweinkram, um mit diesen verbotenen Mädchen bei den Mitschülern das Taschengeld aufzubessern. Und dieser Junge hieß Manfred Deix, der einmal ein ebenso talentierter wie umstrittener Kartonist werden sollte. Seine Biografie, raffiniert gemixt mit den fragwürdigen Eigenheiten seiner völkisch verkeimten niederösterreichischen Heimat, ergab jetzt einen sympathisch-boshaften Animationsfilm. So was Grausliches! Was? Was denn, Frau Bürgermeister? Diese wilderliche Anleitung zur Selbstbefleckung, die deine Freude meinem unschuldigen Sohn verzerbelt haben! Hä? Wer ist schuld an der Gehirnerweichung unserer Boffjugend? Rotschbub! Darf ich? Eine Landschaft. Ach so. Der Wald und die großen Hügel des schönen Niederösterreich. Das war für Bubertaleen. Danke. Oder? Sagen wir mal so. Das Grundsetting, ein Wirtshausbub, der in einem Dorf aufwächst, sozusagen konfrontiert wird mit den Meinungen vom Stammtisch. Sein Vater war auch Kriegsinvalider mit einem Arm. Die Frauen hatten in dem Dorf noch nicht so viel zu sagen. Oder halt dann, so wie es im Film teilweise überzeichnet dargestellt wurde. Also in so einem konservativen Dorf ist er aufwachsen. Im Wirtshausmilieu ist er aufwachsen. Er hat sich verliebt im echten Leben in die Marietta, in unserem Film in die Mariolina. Dann sind aber diese bestimmte Züge, also wie seine ersten Bilder, die eben Nacktzeichnungen waren, pornografische Sachen, die er verhökert hat. So etwas gab es auch in Wirklichkeit. Jedoch dann die Inhalte, mit denen er zeitlebens, über die er angeprangert hat, die er satirisch überzeichnet hat, wie eben das Frömmlerische in der Kirche, wie die Scheinheiligkeit in der Politik, aber auch in der Gesellschaft und auch das schwierige Verhältnis zur Sexualität. All diese Sachen haben wir verwoben, sozusagen, in diese Kindheitsgeschichte. Und was auch biografisch ist, ist halt einfach, dass es klar vorgesehen war für ihn, dass er Wirtshausbub werden sollte oder halt Fleischer, aber auf gar keinen Fall Künstler. Und diesen rebellischen Akt, sag ich mal, den haben wir da nachvollzogen. Ein Viertelrot und ein Kracherl. Eigentlich sitzen die Weiberleid bei uns in der Kuchel. Wirklich? Ist schon recht. Gesindel. Immer am Kürtel kommen Sie. Das werden immer mehr. Das geht gar nicht. So eine kriegt bei dir was? Ich will keinen Ärger. Na geh. Und Sie zahlt? Bist gleich der Zigeunerfreund. Ich bin ein Frauenfreund. Woher so eine wohl das Geld hat? Gestohlen wahrscheinlich. Am fliegenden Teppich. Das hätt's nicht gegeben unter dem... Herrgott! Mach was! Da bleibst du. Aber ich... Frust! Frust! Herr Wirth? Herr Wirth? Und schon haben wir den Zigeunerperhöl. Ihr willst nix tun. Was ist denn los? Der Herr Braunauer hat... Herr Wirth! Gleich gibt's eine Anzeige. Wen gelernt Benestigung? Es ist tatsächlich so, dass es schade ist, dass der Animationsfilm, dass der so wenig im Erwachsenenbereich gemacht wird. Aber das liegt auch an den Machern, glaube ich. Also ich selber habe den Animationsfilm vor der Anfrage vollkommen unterschätzt. Ich habe erst dann... Ich hatte ein, zwei der ein bisschen abwegigeren Animationsfilme gesehen. Also nicht diese Pixar... Es gibt ja auch ganz tolle, will ich gar nichts dagegen sagen. Aber es gibt... Das ist eine große Welt, die Animationsfilmwelt. Und die Annäherung habe ich erst danach gemacht. Und da liegt es eher an mir und nicht an Förderungen oder an Sendern, sondern an den Machern und Produzenten, die eigentlich erkennen müssten, was für ein Potenzial da drin ist. Und das muss ich mir schon selber... Da muss ich mich auch selber an die Nase fassen. Schenke da. Meine Sinne wurden wieder geschärft für die Präzision. Man muss viel klarer wissen, was man will. Beim Realfilm ist es so, du hast ein Drehbuch, das ist immer Theorie, die steht auf dem Blatt. Und dann arbeitest du mit Schauspielern, kommst zu einer Szene und man arbeitet an der. Und wie stellt der sich? Man kriegt Vorschläge geliefert. Man hat so eine Basis schon da. Und diese Basis fehlt vollkommen. Also muss man in allen Bereichen sehr präzise arbeiten. Du musst dir überlegen, warte mal, wie schaut so ein österreichisches Dorf aus? Was macht das eigentlich authentisch? Wie gestaltet man die Straße? Was für einen Stoff hat die Straße? Wie wird die Straße dann gezeichnet? Was fehlt dann? Was für Mini-Requisiten fehlen, um es irgendwie authentisch oder in dem Stil zu machen, wie du es halt haben willst. Und genauso war es mit den Schauspielern. Jede Mimik, jede kleine Gestik, du kriegst keinen Vorschlag, sondern du musst mit Animatoren das ja arbeiten. Ich hatte Gott sei Dank einen Co-Regisseur an meiner Seite, Santiago Lopez-Jover, der aus einem Animationsfilm kommt und der das sehr gut mich angeleitet hat, wie ich inszenieren auch muss, wie er inszeniert hat. Und wie das wiederum von unserer Inszenierung in die Figuren, wie das umgesetzt wird. So, und was genau passiert jetzt? Jetzt schauen wir, was passiert. Servus! 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 Servus!